So, hier möchte ich einmal im Zeitbereich bzw. im rein Reellen so eine Induktivitäts- und Widerstandsreihen-Schaltung, Serienschaltung durchrechnen. Das mache ich nur einmal, das war ich nur für dieses Beispiel und eigentlich dient das nur als abschreckendes Beispiel, damit man sieht, wie man es nicht machen sollte. In allen weiteren Berechnungen werde ich die komplexe Wechselstromberechnung voll nutzen. Nun, was machen wir? Wir stellen die Maschengleichung auf. Hier, das ist natürlich das u von t, das ist hier die Quelle, ist gleich r mal i von t plus l mal di von t nach dt. Naja, und dann setzen wir an, nehmen an, naja, sagen wir mal Ansatz, ist das Richtige, dass unser i von t, ja, wir fangen genau damit an, weil das nämlich auf der rechten Seite steht und differenziert werden muss, das ist einfacher, anders wäre es noch schwieriger. Das ist irgendwie Spitzenwert von i mal Cosinus Omega t. Na, und wollen wir jetzt einsetzen, dann kriegen wir u von t ist gleich r mal i dach mal Cosinus Omega t plus Omega mal L mal Sinus Omega t. Na gut, und das soll jetzt natürlich irgendetwas sein von der Form u dach mal Cosinus Omega t plus Phi, weil das der Phasenwinkel ist. So, man hätte das jetzt auch anders ansetzen können mit Sinus und Cosinus und so, aber dann kriegt man nie diese Spitzenwert raus, das ist der, der uns interessiert und man kriegt hier auch sonst nicht die Phase raus. So, das muss immer gelten, immer also für alle t gelten. Also können wir uns auch ein paar Zeiten raussuchen, die uns halt wirklich interessieren. Nehmen wir mal, erst einmal der Einfachheit halber, können wir zwar nicht richtig mit weiterrechnen, aber nehmen wir einfach mal t gleich 0, damit man das Prinzip sieht. So, setzen wir hier oben ein, dann haben wir r mal i dach, okay, und das da wird sowieso 0 und das ist gleich u dach mal Cosinus von Phi. Aber dummerweise haben wir auf der rechten Seite unsere beiden Unbekannten noch stehen und nicht eine isoliert gekriegt. Ärgerlich. Was wir aber auch machen könnten, wir könnten hier nehmen, dass Omega t gleich, greifen wir mal den, ja dann wird es nämlich 0, greifen wir mal raus, Pi halbe minus Phi. So, wenn wir das hier auf der rechten Seite nämlich einsetzen, dann haben wir hier u dach mal Cosinus Pi halbe minus Phi plus Phi. Naja, und das Ganze hier, da ist natürlich Pi halbe und bei Pi halbe ist der Cosinus 0, also kommt da 0 raus. So, dann können wir hier weitermachen mit r mal i dach mal, jetzt kommt die linke Seite, Cosinus Pi halbe minus Phi minus Omega mal L mal Sinus Pi halbe minus Phi. So, dass das gleich 0 ist, wissen wir schon, muss ich hier nochmal hinschreiben. Wie vereinfachen wir das? Ja, wir sehen zu, dass wir die Pi halbes loswerden und dann ist das im Äquivalent mit r mal i dach mal, so hier laufen wir rückwärts, die Cosinus mal Pi halbe, das ist also der Sinus Phi. Omega mal L mal, überall kommt hier i dach noch rein, das habe ich überall da schon vergessen und das habe ich hier vergessen, mal i dach mal der Sinus von Pi halbe, der lauft von dem Berg wieder runter, ist also der Cosinus Phi. Und da kommt das Minuszeichen dazwischen noch, das hat, Vorzeit hat sich nicht geändert, deswegen schreibe ich das als letztes hin und dann ist das gleich 0 und wenn wir davon ausgehen, dass i dach ungleich 0 ist, dann dürfen wir dadurch auch dividieren. Wenn i dach gleich 0 wäre, wäre es eh uninteressant, dann brauchen wir gar nicht weiterrechnen, also ist das eine vernünftige Annahme. Und dann können wir auflösen, dass Sinus Phi durch Cosinus Phi gleich Tangens Phi ist gleich Omega mal L durch R oder eben Arcus Phi gleich Arcus Tangens von Omega L durch R. So, den haben wir schon mal bestimmt, jetzt brauchen wir noch den anderen, da machen wir hier mal weiter und zwar forme ich das hier nochmal einmal um in Cosinus Phi durch Sinus Phi gleich R durch Omega L. Was bringt das? Nun, ich kann jetzt das Ganze quadrieren, dann steht hier Cosinus Quadrat Phi durch, der ist unten Sinus Quadrat Phi, das ist aber 1 minus Cosinus Quadrat Phi. Und das ist gleich R Quadrat durch Omega L und das beides zum Quadrat und das kann ich jetzt auflösen nach Cosinus Phi Quadrat ist gleich R Quadrat durch Omega Quadrat L Quadrat minus R Quadrat durch Omega Quadrat L Quadrat mal Cosinus Quadrat Phi. Ich bringe es auf die andere Seite alles rüber und kriege raus das Cosinus Phi gleich, ja ich packe es erstmal alles unter die Wurzeln. Und dann kriegen wir dann R Quadrat plus Omega Quadrat L Quadrat raus. So, warum habe ich das getan? Das habe ich deswegen getan, weil da dieses Cosinus Phi nämlich auch hier oben noch auftaucht, da nämlich. So, da haben wir es auch nochmal. Und wenn ich das jetzt da einsetze, dann bin ich das Cosinus Phi los und kann U Dach ausrechnen. Und kriege also hiermit R mal I Dach gleich U Dach mal R durch Wurzel R Quadrat plus Omega Quadrat L Quadrat. Okay, aufgelöst wird es dann, dass entweder I Dach gleich U Dach durch Wurzel R Quadrat plus Omega Quadrat L Quadrat ist. Oder eben auch U Dach gleich U Dach gleich U Dach mal R Quadrat plus Omega Quadrat L Quadrat. So, so dass im Endeffekt rauskommt, die gesamte Kette hier U von T ist gleich I Dach mal Wurzel R Quadrat plus Omega Quadrat L Quadrat. Mal Cosinus von Omega Quadrat mal Cosinus von Omega Quadrat mal Cosinus von Omega Quadrat plus Omega Quadrat L Quadrat. Mal Cosinus von Omega Quadrat mal Cosinus von Omega Quadrat minus Arcus Tangens Omega L durch R. So, das ist das Endergebnis. Zugegebenermaßen, der letzte Schritt hier, den musste man nicht unbedingt tun, der gehört nicht unbedingt zur Rechnung dazu, sondern ist nur die richtige Darstellung des Ergebnisses. Mehr nicht. Das, was uns hier vielleicht am meisten interessieren würde, sind die Ergebnisse, die ich hier auch nochmal einbaue, nämlich wie die Spitzenwerte, die Amplituden zueinander stehen hier und wie die Phase ist hier. So, diese ganze Geschichte ist sehr aufwendig. Sie ist sogar unnötig aufwendig, wie ich eingangs schon sagte. Und besser macht man es mit der komplexen Wechselstromrechnung. Und besser macht man es mit der komplexen Wechselstromrechnung.